um Gott was für Mongolik in Zeiten ihr alle waren liegt er einfach eiskalt alle auf Boden rum und du stirb stirb doch mehr Gärtner ganz nervös aber der Messer der mich eiskalt alter weiter was ist denn das wenn ich jetzt wieder sch... verreckt alter verreckt du hässliches Mongolik ein Kind alter du bist so ein Mongolik alter deine Mutter gehört verbrannt alter meine Waffe hast du dir geklaut mann schluckt meine Kugel du Bastard mann schluck sie schluck sie jetzt stehlt der Mütter noch eiskalt alter äh bis umziehen da hat ihr es untertitelt Alter verreckt du Mistgeburt mann du einu Typ alter wer nennt sie so hast bekifft als du den Namen ausgedacht hast du bezorben du gibst hier bei A rum alter da da ich hab schon mein Gegner steht neben mir weil das so ne scheiß Latein aber die schwarz war da alter verreckt dran alter du auch mann du auch und du auch komm und der killt mich und reanimiert die zwei Spakos auch noch alter da ja ich habe ich gesagt mann wo mein Gott nun und du auch wenn ich nicht auch noch kein Ding ist mann du bist kein Zeitpunkt sich wieder bei Leben alter da wieso bin ich denn jetzt Sonny alter ich verreckt du auch komm alter angeblich weh eine beliebte da ich schreck mich nicht block mich da so Spack alter was blockst du mich da so hässlich alter 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 aufzulachen ich hab gesagt verreckt ok hab ich nicht aber trotzdem verreckt du block mich oh ich bin ich auch noch tot mann wie kann man mit der Psyker auf der Map spielen mann ich raste gleich aus ach ne halt ich bin ja schon ausgerastet und weh du stirbst jetzt nicht ich wollte keinem sagen stirb stirb hab ich gesagt stirb wieso stirb du nicht Alb stirb 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 willst du mich eigentlich grad verarschen ich spawn bei dir hab 100% Leben ich krieg einen scheiß Streifschuss ab und bin tot Was für ein Pussy Ranger hab ich da als Soldat, Alter, der bei einem Streif schon stirbt. Ey, aufzulachen, Alter. Das ist nicht mehr normal, man. Hör auf zu lachen, man. Hi. Hi. War rekt, du witzig. Stirb. Stirb. Du auch. Stirb. 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 Du Mistgeburt, Mann. Du rastest also immer so aus, wenn du spielst. Nein. Nein. Sie kriegen einfach 50 Milliarden Schüsse in den hässlichen Schädel, Alter. Mit meiner Scheißpistole und sterben nicht, Mann. Du, Mogoliz, Alter, verreck. Verreck, Alter, was rennt du vor mich, Alter, was rennt du vor mich? Und dann verreckt er doch nicht, Mann. Ich glaub, ich sollt mal. Alter, verreck, verreck. Oha, Mann, was hast du für Probleme, Marvin? Eine. Hättest du Mongolitisch getötet, hätt ich deine Mutter getötet, Mann. Legen wir jetzt alles keiner auf den Boden, alle die Mongolitenkinder, alle wie die Ratten liegen sie da, Mann. Oha, Mann, meine armen Tierchen. Das sind Ratten, aber das sind keine Tiere. Alter, hörst du auf, Dominik? Alter, hörst du nach, Mann. Sehr gut. Nach acompanh 167-800 B-60 B-60 B-89 B-60 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 B-另外-derstet�.